Du Sepp, das glaubst du jetzt nicht, aber die Moser Liesl, die da auf der Flasche, die hat gestern mit mir geredet und bewegt, hat sie sich auch. Sag einmal, spinnst du jetzt direkt oder hast du wieder zu viel drungen? Nein, überhaupt nicht, aber die Liesl, die gibt es jetzt als App fürs Handy und dann redet sie mit dir. Ganz einfach, lad dir die kostenlose Moser Liesl App runter, scann das Label auf der Flasche mit deinem Smartphone und schon redet die Liesl mit dir. Grüß dich, ich bin die Moser Liesl, die redet ja wirklich und bewegen tut sie sich auch. Gib einmal her. Geh Liesl, bring uns noch so ein gutes Helds. Oh mei, bist du ein Depp, da verdurscht man ja. Moser Liesl, das helle Original von Akkobreu mit dem weltweit ersten sprechenden und animierten Bierlabel. Jetzt Moser Liesl App gratis runterladen.